Nummer 18 Ich bin mit Ihnen einer Meinung, obwohl ich denke, dass die ganze Mülltrennung oft übertrieben wird. Immer wird uns Verbrauchern ein schlechtes Gewissen eingeredet. Aber bei der Produktion müsste man anfangen. Bei der Verpackungsindustrie, da passiert gar nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass weniger Verpackungen produziert werden. Es ist schwierig, nur Produkte mit wenig Verpackung zu kaufen, obwohl ich das schon versuche. Nummer 19 Wichtiger als den Müll finde ich die vielen Autos, die Staus und die schlechte Luft. Es gibt zwar viel mehr Fahrradwege als früher, aber ich denke nicht, dass weniger Auto gefahren wird. Viele können sich einfach nicht vorstellen, ihr Auto in der Garage zu lassen. Aber ich denke, irgendwann wird sich das ändern. Es gibt doch kaum noch Parkplätze. Und auch die Politik müsste etwas tun. Die Preise für öffentliche Verkehrsmittel sind einfach zu hoch. Wenn ich Politiker wäre, würde ich das sofort ändern. Dann würden auch mehr Leute ihr Auto stehen lassen. Nummer 20 Wir alle können etwas für die Umwelt tun. Das stimmt. Aber wir sprechen die ganze Zeit über Umweltprobleme bei uns. Umweltschutz ist aber ein weltweites Problem. Denken Sie nur an den Klimaschutz, an die Energie, die immer knapper wird. Oft stehen die wirtschaftlichen Interessen zu sehr im Vordergrund. Man braucht Regeln, an die sich alle Länder halten. Umweltschutz hört nicht an den Grenzen eines Landes auf. Ende von Teil 4 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.